Felix, herzlich willkommen in der Löwenstadt. Vom Berliner Bern geht es jetzt für dich tatsächlich zum Braunschweiger Löwen. Hast du das Wartezeichen in der Stadt schon gesehen und was weißt du sonst über Braunschweig? Ich war ja schon ein paar Mal als Gegner hier und bin jetzt erstmal froh, tief für die Löwen zu sein. Klar, das Wartezeichen ist mir bekannt und ich freue mich jetzt ein Teil davon zu sein. Für die Reihe fort, erst Bremen, dann Berlin und jetzt Braunschweig, also immer im Weg vorneweg. Das passt. Das passt, genau. Du kennst den Stefan Fürstner von Union Berlin. Uns ist so ein bisschen zu Ohren gekommen, dass du dich mit ihm ausgetauscht hast. Was hat Fürsti denn über die Eintracht erzählt? Ja, anscheinend nur positiv, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Aber ja, Fürsti ist ein guter Freund von mir und schade, dass wir uns jetzt knapp verpassen. Gern noch mal mit ihm zusammengespielt, aber rundum positiv. Ich denke, ich vertraue darauf seine Meinung und er hat sich super wohlgefühlt. Und ich bin über optimistisch, dass ich das auch tun werde. Eine Verbindung gibt es auch zu Daniel Meier, wir haben gestern ein bisschen darüber gesprochen. Und er hat erzählt, du hast eben mit deinem Freistoß-Tor beim 1-0 damals sein Debüt als Profitrainer ein bisschen versaut bei Erzgebirge. Aber besser kann man sich nicht bewerben, oder? Ja, da habe ich noch ein bisschen was gut zu machen, hat er mir schon gesagt. Aber zumindest konnte er da meine Qualitäten als Freistoßschütze schon mal beobachten. Und ich hoffe, dass ich hier auch wieder einen oder anderen Freistoß schießen darf. Und ja, im Nachhinein, jetzt wo er mein Trainer ist, tut es mir vielleicht sogar ein bisschen leid. Wie sehen denn deine persönlichen Ziele für die kommende Saison aus? Erstmal so viel wie möglich Spiele machen. Ist klar, gesund bleiben ist immer das Wichtigste. Das ist immer leicht gesagt. Aber das ist nun mal so. Und dann Spaß haben am Fußball. Und den hat man am meisten, wenn man auch Erfolg hat. Und deswegen hoffe ich, dass wir als Mannschaft eine stabile Saison spielen. Dass wir gut rein starten. Das macht vieles einfacher. Und dann sehen wir, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, dass wir gut aufgestellt sind. Und auf dem müsste es sein können. Wir haben ein bisschen recherchiert und sind dabei darauf gestoßen, dass dich dein Vater Roland früher trainiert hat. Was hat er dir denn als Trainer mit auf den Weg gegeben? Ja, dass harte Arbeit sich auszahlt. Wir haben viele Extraschichten geschoben. Es war immer ganz wichtig, beide Füße zu trainieren. Nicht immer nur den starken. Von daher kann ich auch mit links ein bisschen umgehen mit dem Ball. Und ja, das harte Arbeit sich auszahlt. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Und das hat mich auch überzeugt, wenn wir es als Mannschaft machen, dass wir eine gute Saison spielen. Du hast das Stichwort weiter Bremen eben schon gegeben. Bei der 0-3-Niederlage in der Champions League gegen Tottenham hast du dein Debüt gegeben in der Königsklasse. Ist das bisher dein größtes Karriere-Highlight? Bis vor letztem Jahr habe ich das noch gesagt. Jetzt ist es ganz leider der Aufstieg mit Union mein größter Erfolg. Aber klar, das Champions-League-Spiel war etwas ganz Besonderes. Das nimmt hier keiner mehr weg. Auch wenn wir 3-0 verloren haben damals, habe ich da im rechten Mittelfeld gespielt. Links bei Tottenham hat Gareth Bale gespielt. Von daher, er hat kein Tor gemacht in dem Spiel, muss ich dazu sagen. War das schon ein unfassbares Erlebnis. Und ich bin sehr froh, dass ich das erleben durfte. Du hast bislang zweimal hier im Eintracht-Stadion gespielt. Welche Erinnerungen hast du an die Fans und an den Blau gegen Tempel? Ich weiß, dass wir auf jeden Fall einmal mit Union ein wichtiges Spiel verloren haben. Kurz vor Saisonende, wo es auch um den dritten Platz ging, mehr oder weniger. Aber die Stimmung war immer fantastisch. Da hat man schon gemerkt, dass hier sehr viel Kraft hintersteckt. Auch von den Fans für den Verein. Und sowas spürt man halt direkt auch, gerade als gegnerischer Spieler. Und darauf freue ich mich jetzt, wenn es dann endlich wieder erlaubt ist, dann auch als aktiver Braunschweiger als Unterstützung wahrzunehmen. Und dass da eine große Kraft hintersteckt, das hat man schon gemerkt. Du hast es gerade angesprochen. Zum Auftakt werden gegen Hertha und gegen Kiel 500 Fans hier dabei sein. Inwieweit freut es dich auch als Fußballer, dass du wieder ein Stück weit Normalität einkehrt? Wobei es ja nur ein ganz kleiner Teil ist und ein ganz kleiner Schritt. Ja, für die 500 Leute freut es mich. Aber es ist ja trotzdem immer noch viel zu wenig. Es ist natürlich vielleicht besser als Null. Aber es geht trotzdem vielleicht in so einem Stahl ja noch ein bisschen runter, wenn es 500 Leute sind. Von daher hoffen wir, dass es stetig mehr werden. Und irgendwann wieder vorausverkauft ein Haus spielen. Ja, es ist nicht schön. Also man hat gehofft, dass es nur die neuen Spiele zum Ende der Rückrunde jetzt waren. Jetzt geht es nochmal so weiter. Aber wir müssen es akzeptieren und das Beste daraus machen. Und wenn ich jetzt mal die Erfahrung für die Braunschweiger aus den Spielen ohne Fans nehme, das war ja recht positiv. Du bist insgesamt 122 Mal in der zweiten Bundesliga aufgelaufen. Auf was kommt es an, wenn man im deutschen Unterhaus bestehen wie gerade als Aufsteiner? Ja, ich glaube, in der Liga kann jeder jeden schlagen. Du kannst gegen jeden gewinnen, du kannst aber auch gegen jeden verlieren. Und ich glaube, wenn wir jedes Spiel ans Limit gehen und das nur so geht es, dann haben wir immer eine Chance, ein Spiel zu gewinnen. Gegen wen auch immer es geht. Und ich glaube, immer eine gute Mischung aus Spiel und Kampf finden, das ist immer wichtig. Und manchmal auch ein bisschen das Glück auf seiner Seite schadet auch nicht. Aber ich glaube, wenn man als Mannschaft stabil ist, eine gute Ordnung auf dem Platz hat, ein gutes Miteinander, dann ist schon der Grundstein gelegt für gute Ergebnisse und viele Punkte. In einer Woche geht es los gegen Hertha, für dich ein Derby. Ein ganz wichtiges Derby für die Braunschweiger steht Anfang Oktober an in der Nachbarstadt Hannover. Was weißt du über das Derby? Ja, ich habe einige Derbys mitgemacht, ob Springen gegen ASV war oder Union gegen Hertha. Aber ich habe gehört, dass das Hannover gegen Braunschweiger immer noch mal ein Stück brisanter ist, dass da eine sehr, sehr große Rivalität herrscht. Und ich mag solche Spiele und klar, mit der Unterschrift hier in Braunschweig bin ich natürlich absolut der Gegner von Hannover 96. Das weiß ich und das werde ich auch sofort verinnerlichen.